Hallo bei SupportNetNews, mein Name ist Jakob und heute geht es darum, dass Google seine Nutzungs- und Datenschutzbedingungen ändert. Der Suchmaschinengigant erklärt, dass im Detail auch schon in einigen Videos, die auf YouTube zu finden sind, allerdings nur in englischer Sprache vorliegen. Auf der deutschen Startseite von Google findet man an prominenter Stelle einen Button, wo man zu weitergehenden Informationen klicken kann. Die sind zum Teil in Englisch, zum Teil bereits in Deutsch gehalten. Das Thema beschäftigt auch die führenden deutschen Medien. Zum Beispiel schreibt Zeit Online, Google führt Nutzerdaten zusammen. Bild schreibt, dass Google die Daten jetzt in Zukunft schlauer sammeln wird. Nun, das wird sich erst herausstellen. Die Süddeutsche meint, Google will das Megaprofil und die FAZ-Ung bereits lockert Google etwa den Datenschutz und spricht von großer Aufregung. Spiegel geht schon ein bisschen weiter und hat mit Datenschützern gesprochen. Die empfehlen, seine eigenen Daten nicht alle bei Google anzugeben, sondern möglichst verschiedene Dienste zu benutzen. Einen Kommentar und weitere Informationen findet ihr auf SupportNet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!